Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 mit dem Dalukart, dem Jonathan, dem Sebastian, dem Sebastian, dem Dennis und mir, dem Peter. Peter! Verpasst dich da, du! Hör auf mit den Pusten, ey! Oh, oh, Peter! Alter! Nein! Ich hab die Gründe getroffen! Nein! Jawohl! Nein! Wahrscheinlich krieg ich die blaue ab, oder was? Weißt du, von wem die blaue war? Das ist ja wohl ein Skandal, Alter! Vor der Ziellinie! Skandal! Das kann ja wohl nicht! Das war beide, das war schön! Was ist denn das für ein Scheiß? Da bist du von Anfang an auf Platz 1 und dann werden wir zwei Meter vor dem Ziel die Blaue in den Arsch geschoben, oder was? Wenn du nach der, wenn du nach der ersten Blaue nicht noch weiter Erster bist, dann bist du auch nicht gut gefahren. Ja, hallo! Was denn? Was? Ja, sicher, Mann! Wieder kurz vor dem Ziel! Boi! Ach komm, ey! Kein Bock mehr! Das ist diese Map, da kann ja wohl alles passieren! Johnny wollte doch die Map, der hätte die doch sogar manuell gewählt! Ja! Der will auch mal gewinnen! Ich hab'n P, du könntest riskieren! Wirklich? Ja, hau raus, komm! Okay, alles klar, du warst das! Da kommst du! Da ist die Schuhe! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wird leider nochmal weggemacht! Ich hätte ja gewonnen, wenn Peter mich nie abgeschossen hätte! Ich finde, du hättest dich ein bisschen mehr anstrengen können! Warum bist du die Erster geworden? Peter wusste, dass ich Erster bin und schieße den blauen Panzer! Peter! Ja! Ja, du Wichser! Du bist doch bei mir im Team! Ich wollte nicht ins Ziel schießen! Hab' ich doch auch! War doch alles in Ordnung! Du Wieser! Kleiner Schweiß! Hast du auf die rote geschossen? Nein! Nein! Du Wieser! Was? Ich hab' genau geguckt, wie weit du vom Ziel bist! Natürlich! Hast du so schnell durchgerechnet! Nein! Es war doch niemand hinter! Rauzzybole um dich rum und so! Rauzzybole? Das ergibt keinen Sinn! Ich musste mal Punkte fürs Team holen! So, dafür kriegst du auch die Goldene! Nice, Peter! Ich hab' nur Bramme gesehen! Ja, solange Bramme fünft, dann bleibst du alles cool! Oh, ne Tittenfisch! Abflattenzahlen! Oh nein! Ich seh' nichts mehr! Oh nein! Der hat mich abgeschossen! Mann, ey! Der hat mich abgeschossen! Nein! Das ist cool! Oh, ihr legst mich doch am Sack ficken! Bumsen Blasen, Alter! Ich ficke meine Mutter in den Arsch! Sehr gut, Dalu! Ah, da hab ich das Team wieder gezogen! Warte! Du! 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 Weil's ich keinen Risikop, du hast riech.. NEINN! NIEMAILS! Ist das Risiko verloren.. NEIN! Ist der ja tut mir leid.. Das ist schade.. Einfach schade.. Zalu.. jetzt.. Du bist schneller als ich.. Geh in meine Bananen! Schluck sie! AH 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 OK! Weggit. HAHA HA HA Schlock die meine Hand! HEHEH HEHEH Wett mer Neeee.. NEIN! HAHAHAH Karma.. JAWOL.. Sogar.. OH NEIN.. OH NEIN.. Ey, was soll das denn? Ja, Karma is a Bitch Ich komm wieder, keine Frage Bist du viel fetter, oder was? Oh, Scheiße, hier geht's ja gar nicht links, jetzt geht's erst links Oh, Stern ist nice Okay, Rakete ist besser Oh nein, ja, aber ich hab trotzdem schon gefickt, glaub ich Näh, näh Hab ich nicht aus dieser Scheiß-Lack Oh nein, oh nein Was? Was? Was ist das denn schon wieder? Die rote war für mich gewesen und ich bin einfach vor dir gefahren Damit du die nochmal abbekommst Ich konnte nix dagegen tun, weil ich schon stand Das ist so geil, einfach nur, wie dreckig da du's Lacher bist Oh du du, einmal alles bitte Nein, 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 nein Abwehrt, abwehrt Alter, manchmal hab ich doch einfach nur Glück, muss man aber ganz ehrlich sagen Ja, ich hab das genau gesehen, Alter, das war echt super lucky Ja, jetzt krieg ich die roten, ach komm ich war erst Jawohl Ich war erst, du bist fünfter Ja, Christian, so ist das halt Boah, Bram, nimmst du die abkürzend Oh, nee Fick dich da, du fick dich da, du fick dich da Du fick mich da Jaaaa Jaaaa Jawohl Bram, teilen wir uns jetzt nicht den Platz Sing ihn doch nix daaa Nee, du hattest einen Fünf Vorsprung auf mich Und ich hab jetzt... Ja, ich hab jetzt gewonnen Jetzt hab ich am Ende drei Fehler gemacht Und natürlich, Bram, schießt du noch eine zurück Ganz nötig gewesen Nein Das hast du verdient Komm, krieg die auch noch ab Nee, 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 nee Nein, Bram, wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Wieso hattest du denn einen Boost? Hattest du Boost? Oh oh, vor, 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 vor aring, vor, ren Du hattest ihn vier Tageboden Vier Tageboden Meine whiskey hat Jaa die wie war Jetzt weißt du, wie ich mich gefühlt habe, ganz am Anfang der Session. Das war echt schweizhaft. Fühlt sich richtig scheiße an, ne? Das ist doch das Kleid. Ja, geil. Ey, nein! Ja, du hast mich so verhübert. Das kann nicht sein! Oh, und da klatscht er nicht für mich. Aber hey, es gibt immerhin keinen fünften Platz. Ja, aber es wird applaudiert. LOL! 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 Was? Ich habe gerade beim Zuschauen eine Abkürzung entdeckt. Mein NPC ist eine Abkürzung gefahren. Kennt ihr das? Der kannte sich irgendwo runterfallen lassen und dann ist der durch so eine Eiswelt gefahren. Was? Das ist kein Scherz gerade! Alles klar, Peter, ja. Nein! On camera, my friend! Das muss ich nochmal analysieren, was da gerade passiert ist. Aber gut, ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Scheiße! Haut rein! Schau. Tschau. Schau. Vielen Dank.